jetzt können wir zu den typen zurückgehen und unsere quest fortsetzen natürlich haben wir an den sieg nehmen entfernen wir die gleich drüben ist auch einer entfernen wir die dann auch gleich mit dann haben wir hier die ganzen in siegten auch weg so weg damit so drei von drei hier ist noch schrott müssen wir da eigentlich meinte wir kriegen das gebiet hier fertig ich glaube nicht nee nee wir sind ja schon wieder hier am anfang und da war ja nichts mehr gut dann haben wir noch das andere metallstück uns besorgen die putzkolonne damit wir den schrott von den zerstörten fahrzeugen die wir unterwegs der stelle nicht einsammeln müssen damit die das übernehmen natürlich erst mal dagegen fahren weil da autofahren mit tastatur das mache ich nicht so gern aber vielleicht zurzeit wenn du keinen komputer haben muss das halt einfach her da haben wir noch freunde die wasser brauchen geben wir ihnen mal wasser wir haben ja welches wir sind hier ein utamax und übernehmen das gleich natürlich noch die flasche aufmachen die schaffen das ja nicht alleine und was ist das mit dem anderen waren die kein wasser oder nur der eine oder die eine so wo sind wir denn da da haben wir das andere schrottteil da haben wir dann auch gleich ein ballon wo wir gucken können ein luftballon was da an diesem vizio ist werden wir dann auch gleich machen wir haben da also wie eine fugelscheuche zerstören wir die von anderer seite müssen wir rauchen kein geländefahrzeug guck bitte zeigst du mir die fahrzeugt ach nee komm jetzt kommen wir denn da drauf komm wieder nicht drauf ne ne dagers wo drüben seit der nach straße ist ach ja Einfach mal auf das GPS gucken, das würde uns so einiges erleichtern. Yo yo yo, ganz ruhig. Ach, schade, dass es hier kein Offroad-Fahrzeug geben tut. Das wäre bestimmt ultra cool hier, ein Offroad-Fahrzeug durchzufahren. Natürlich ist er auch gleich ein Sniper-Turm, den rasieren wir dann auch gleich weg. Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich nicht. Ach, müssen wir jetzt für den auch extra? Ach ja, wir kommen ja wohl. Und da sind auch natürlich welche wieder. Das sind die wahrscheinlich von eben, die wieder was angeboren haben. Aha. So kann man das Problem auch lösen, indem man sich selber in die Luft jagt. So, du hast jetzt keine Freude mehr an snipen. Ihr tut mir leid, also für eure eigene Blödheit. Für seine eigene Blödheit muss man natürlich bestraft werden. Weil, wo kommen wir da sonst hin? Ja, hier holt er die nächste. Sicher ist das Grund. Das wird... Oh, hier ist es. Jetzt können wir ja einfach fahren. Das sind wir ja hier. Eine Autobahn. Kein Verkehr. Einfach nur gerade. Da ist gleich die nächste Fugischeucke. Ah, da müssen wir die. Links. Sehr schön. Beziehungsweise vor uns haben wir noch eine. Rasieren wir die auch gleich weg. Alles was auf dem Weg ist, können wir da mitnehmen. Weg machen. So schwer ist das ja auch nicht. Ah, da haben wir auch einen Sniper-Tun. Den nehmen wir gleich von hinten. So. So. Und tschüss. Oh, der hat uns vielleicht den Arsch gerettet. Das wäre aber vielleicht härter aufgekommen. Mit unserem Seil. Oh, oh, oh. So. Wenn wir ihn jetzt ziehen, ihn von hinten. sehr schön. Come back. Hier rein. Da. So. Dazwischen. Okay. Tun wir das. Ah, wir sind keine von Gasraum. Ah, oh. Ah. Oh. Werden, werden fallen hier. Nicht reinlegen. In diese. Ah. werde ich nicht so was ist damit gehen kann es auch nicht reden wo erst mal das einrichten auch kein wasser wir sitzen haben statt dadurch dass du nur blocken tust wie so eine position der freunde verrät es gibt mal gar nicht klar das ist auch gleich oben nichts unterirdisch perfekt das fahrzeug gestellte perfekt sehr cool haben wir das auch gleich gefunden eine karosserie sehr cool mach fuhl das ding so verschwinden wir hier vielleicht da ist ja noch irgendwo vielleicht da müssen wir hier auch nicht mehr herkommen ist das auch gleich erledigt hier sind die beeren fallen elefanten fallen also für uns war das ziemlich gut was ist da los um sehen die markierung nicht oder wurscht wir wissen wo wir lang fahren müssen oder auch nicht ungefähr mal da in die nähe was machen das sehen wir ach weil wir nicht auf der straße fahren natürlich ja er fliegt in den tod fliegen wir so da vorne haben wir auch noch am blauen kreis das war ja so eine ökende mission für den jet ich weiß ja das war ja was da für waffen und sowas so ok ok automatisch sehr gut wir fahren hier gleich wieder wie die ächsen wir sind ja auch die urgen das für welche oh da hat der einen schlag gekriegt und da lag das denn für welche die schauen ja mal richtig hässlich aus komm her oh haha oh in your face die wurden aus dem käfig gelassen oder was die wurden aus dem käfig gelassen oder was schaut ja hier sehr stimmig aus ja die wurden aus dem käfig gelassen haben hier ihre gebieter dann gefressen gegessen sehr gruselig hier ja findet den schalter der den wind um den ballon äh herunter zu holen ja tun wir das aha kann ich ihn auch wieder hoch fahren oder was sagen wir gleich aufwärts mit shift links drücke ich das schaut ja sehr schön aus muss man schon sagen ja das schaut alles sehr schön hier aus so so totespfad und da hinten ist auch das Vogelscheuche hier vorne nichts nein da haben wir auch ganz viel oha Schwierigkeit 4 4 totenköpfe aha Molotow Schleuder ganz viele wieso nicht gibt der in einer Apokalypse nichts anderes außer das Benzin was wir brauchen zu verschwenden da haben wir noch ein Öllager das war es dann eigentlich da haben wir noch ein Sniper eine Vogelscheuche jetzt haben wir uns einmal umgedreht ne hier geht es wohl ab ja Sniper soweit das Auge reicht ja 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 so able ja mich f1 hier was haben wir alles entdeckt nicht viel hat hier muss man jetzt sechs machen und sein so das ist diese quelle sonst haben wir ja sehr gut abwärts mit space leertaste so aussteigen zum auto wieder so das war es dann erstmal mit der folge wir sehen uns dann bei der nächsten folge und ich würde mich über ein abo freuen